dann muss ich da mal machen wahrscheinlich wenn wir so blöd manchmal habe ich den bug bei youtube wenn ich hochladen zeigt sie mir netzwerk fehler an dann kann ich das video noch hochladen dann ist der netzwerk wieder weg aber wenn ich dann sage ich machen mehrere videos gleichzeitig damit als ein video im ausgelassen bei dem wir gesagt netzwerk fehler bei dem video danach geht es wieder komisch ja ich habe ich glaube mit der sniper so auf die stanz nur zu gefährlich hier war 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 ja wo er hätte ich mir wer das mal oder bader da 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 jawohl du kannst du gerne mal wieder in die container reinschauen selber wie vorhin ich komme nicht rein jetzt welcher container schon mal schauen die wände und anschauen boden was da liegt also haben wir klärt er ist einfach so ne jungens was ist los mit denen aber sind halt männer obwohl ich bei manchen weiß ich ja nicht ob das ein mann ist aber weil er schnell war der da das ging wie so schnell ja so jetzt kommt dann der liebe da ist einfach nichts drinnen wie da nichts drin war einfach so da oben sind in der automaten oder ich mir jetzt noch ein bisschen ach hier ist noch amu wir haben gar kein medizin so muni wir sind aus da haben wir sind was so wie bist du hast du medikit bräuchte ich fast aber ja mal schaffen wir schon ich möchte erstmal deine granaten oder ja klar so und also erstmal werde ich snipen und dann werde ich meine granaten werfen mit viel pech verfehle ich auch jede granate da muss man wirklich töten natürlich müssen wir so und so ja das ist halt aber wie man töten burn baby burn müsste machbar sein weil der ist level 6 und wir sind level 8 Achtung weg von diesen dingern Seine scheiß kippen da noch ein bisschen yo da kippt er yo nein ich wollte gerade schweißen dann alles ist ja an deinem kopf aufgebräuchte yo 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 scheiße er hat wirklich wenig bekommen gell er steht dick vor dir laufen Alex lauf als ich Jo, ich auch. Jawohl. Jawohl, Tode sein. Oh. Aber die ist auch scheiße. Obwohl, jetzt müssen wir den Schaden zusammenrechnen, gell? Äh, Feuerschaden und 21 sind 31, äh, 34. Und dann Entzündchance. Verbraucht 2 Muni pro Schuss. Ja, effektiv gegen Fleisch. Ist aber effektiv, gell? Mhm. Ich nehm sie mal mit. Die können wir als dritte Waffe. Wir haben jetzt, glaub ich, Sanctuary bekommen, dann wo man Slot dazu bekommen könnte. Genau. Aber sonst noch irgendwas da vorne? Nee. Alles hier. Da ist ja auch nochmal eine Waffenkiste oben, gell? Ey, lass das Mädchen in Ruhe. Ups. Was? Na, du Ficker. Man sieht, es hat zwar kein Eintrittsloch, aber man sieht, wo es austritt. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Ja, mach. Hey, was ist da oben? Nix. Ah, ist ja geil gewesen, wenn ihr was gewesen habt. Bam. Na, ein bisschen. So. Da ist eine Waffenkiste, hier ist eine Giste. Was haben wir hier? Was gut ist? Schuhflinte. Meine Waffe ist besser. Ja, bei mir sind auch meine beiden Waffen besser. Was hast du eigentlich neben der Schrupf, ähm, neben der Schrupf, ähm, ähm, Sniper noch? Ein Assault Rifle. Na, ich hab halt, ich hab einfach nur wegen der Pistole. Dürfte die Genauigkeit ein bisschen veriratet, weniger. Warte, ich nochmal die hier. Ja, wir haben mal mit, weil die Verkauf wahrscheinlich. So, dann haben wir Flint, den ersten richtigen Gegner. Okay, vielleicht der Bulli-Mung noch. Aber ist einfach wirklich einer der Hauptgegner. Geschafft. Jetzt sind wir auf den Schiffh und Clap-Trap. Wollen wir gleich reisen, oder? Ja, wir müssen erst mal wieder bei Clap-Trap eine Quest abgeben, bevor wir reisen können. Der ist so langsam, bitte. Ich kann einfach ein bisschen schneller sein. Reden. Belohnung passieren. Annehmen. Super. Und jetzt reisen. Tup-Tap, tup-Tap. Machen wir was trinken. Es ist nicht auf einmal da, wo es jetzt dann aus dem Ding rausgeht, dass der Eiszeit oder aus der Eiswelt. Jawohl. Rausgeflogen. Ich hatte einen Disconnect. Rausgeflogen. Ja, kannst du gleich nachtschein, oder? Ja, ich bin schon dabei. Einmal heißt es nicht mehr. Nice. Ich hab und hab doch der Werzer, Roboter! Wir haben gesetzt, dat Crap! Wie noch heisst du? Ich verstehe nicht, dass Roboter beim Heimköln! Was kommt? Saitreel ist für euch gesperrt! Ihr Blutschers könnt in eurem Loch bleiben! Ich seeeeeel dich! Super! Lauf dir hilfstlich zurück in euer Camp! Gut, wir sehen! Ich glaub, wir fangen um und verziehen uns in unser Slug! Okay... Die ist in der One-Shot, die Kleinen, ne? Aber jetzt, Catch-a-Ride, jetzt kämen wir mir wirklich von der ganzen Schnee... Wie heißt das? Die Schneelandschaft, sag ich mal! Jetzt kommen wir wirklich in eine extrem andere Landschaft! Er hat wohl zwei Mal den Kopf, dann kann der auch nicht mehr überleben! Ah, Kratzen, Kratzen, Kratzen! Ah! Kratzen, Kratzen, Kratzen! Uah! Wie heißt das? Salvador, oder? Ne! Hm? Wie heißt das? Salvador? Salvador, ja! Salvador gegen... Bullimon! Hier, schau mal her! Kennst du das Camp noch? Und das Catch-a-Ride! Sicher keine Idee noch, wieso? Ja, aus dem... Also, nicht aus dem Spiel, sondern nicht mehr aus dem DSA! Hä? Das war... Das, wo ihr am Anfang wart! Da, wo mir auch die ganzen... Ich... Ich... Ich hab mir immer so... Ich hab mir das sogar vorgestellt! Nachdem ihr gegen die Bullimonks gekämpft habt! Ich hab mir das sogar vorgestellt! Ohne Witz! Aber ich hab's jetzt nicht mehr gewusst! Das ist schon ein bisschen länger her! Uncool! Uncool! Verflucht! Oh, sorry! Verflixt! Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catch-a-Ride-Automaten! Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus! Er hat diese Station gespart, damit Banditen sie nicht benutzen können! Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots! Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catch-a-Ride anschließen kannst, hacke ich die Station... Gut! Riki ist schon voll dabei! Riki geht einfach schon vor! Nice! Also ob ich... Ich bin einfach in das Gift noch mit reingelaufen! Ich bin so dumm! Oh! Da sind Badass! Scheiße! Jo! Jo! Muss ich mal wiederbeleben! Wo ist aber noch einer? Glaub ich irgendwo! Ja, hier! Badass! Oh! Oh! Ich darf unterm Ding nicht schießen! So! Ja! Jawohl, Alter! Das war jetzt geil! Du bist doch... Deine Granate wieder gestorben, oder? Oder du was bist du gestorben? Kannst... Kann man doch seine Granate gestorben! Ja, ich bin durch meine Granate gestorben! Kann ich das auch? Oh ja! Schaden auf jeden Fall! Ja! So, und jetzt haben wir dann Catch-a-Ride! Warpons! 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 Oh, nice! Wo geht's da hinten hin eigentlich? Keine Ahnung! Ach, das kennt man ja auch gerade nochmal! Hier ist eine Schoflitte! Was ist das? Auch eine Schoflitte! Die kennt man auch die Landschaft da hinten! Kennst du es nicht? Ja! Ja doch! Kenn ich... Da wo dann... Da wo dann... Ich glaube, ein paar Leute umbringen müssen, oder? Ich glaube, auf mehr ist das nicht ausgeklickt. Man muss wirklich nur viele Leute umbringen. Ist auch geil eigentlich, ja? Schaut, schrieb mir den Arsch rein, so. Ah. Ah. Was hast du gemacht? Ah, die muss ich hier einbauen? So, und jetzt gehen wir noch nach Sanctuary. Willst du fahren, oder soll ich? Ja, ich fahr, du schießt. Okay. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco ein. Pimento Taco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug an. Wir können sogar mit zwei fahren, aber bleiben wir bei einem, oder? Ja, bei einem. Das passt. Fahrzeugtyp mit, was wissen? Raketenwerfer, oder? MG, MG, MG. Ne, coole Farbe. Raketenwerfer war übelst OP, M1A, aber mit zwei ist irgendwie gar nichts mehr. Da ist das MG viel besser. Das ist ein coolen blauen. Oh, Kaugummi. Ja. Oh, warte, ich muss jetzt schauen, wie ich es mit dem Fahren mache. Ah. Ah, ein Blick Richtung Fahrt, ja, okay. Ja. Und jetzt hier rüber springen. Jawohl. Warte, haben wir eigentlich, hier müssen wir auch mal schauen, ist da auch etwas da was? Das weiß ich eigentlich nicht. Ja, da ist gleich alle, ich stecke mich aus. Ich auch. So, ja, dann perfekt. Ein paar Container. Bisschen, ein bisschen forschen, ne? Okay, ich komme da nicht drüber. Oben ist tatsächlich was. Hast du es schon mal gesehen? Ja, ist klar. Ich habe bloß vergessen, dass es existiert. Existierend. Mama. Existiert. Bist du voll, oder was? Nein. Nein. Nein, Sniper. Oh, die können schaden, das ist geil. Ich glaube, die nehme ich mal, die Riffle. Aber ich kann mal erst mit Level 11 benutzen, ne? Die Riffle? Ich war das. Hat ja hier, was ist das gerade. Das ist so ein Riffle. Die hier. Aber die macht halt schon ein bisschen mehr Schaden. Okay, zeig. Lol. Warte mal. Ja, okay. Jo, fahr du. Ich mache kaputt. Ja, wir, wir, wo hat man die Turbo? Was? Upsa. Über. Ja, lass mir die Mulde einfach stehen, Alter. Hä? Und ich dachte, Centuary ist auch so, ist so eine Wüstenlandschaft. Nein, 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 da verwechselst du jetzt was. War die Wüsten... Ah, dann war im 1 eine Wüstenlandschaft. Im 1er war eine Wüstenlandschaft. Aber auch im 2er. Die kommt aber erst später. Oh, natürlich nicht mehr geladen. So, mal ein Video aufmachen. Dann bekommen wir Grads, dass wir die Banditen beschlagen haben. Was ist hier oben eigentlich? War ja auch noch nie. Heilungskraft.